Ich bin Bruno Burma Camacho, komme aus Kolumbien, Südamerika und möchte gerne über mein neues Album Nostalgic Vision erzählen. Ich denke, die Melodien sind für mich immer am wichtigsten gewesen und die sind jetzt noch stärker da und damit will ich ein bisschen darüber hinausgehen, nicht nur Jazz als Jazz zu sehen, sondern einfach diese Melodik, dass alles diese Melodien dient. Ich habe das Album Nostalgic Vision genannt durch bestimmte Gründe. Das entspricht meiner Persönlichkeit und ich bin als Mensch ein sehr emotionaler Mensch, gefühlvoller Mensch und habe aber auch zum Gegensatz immer klarer Visionen oder Visions und die Mischung aus diesen zwei Sachen, das ergibt einfach Nostalgic Vision und das ist jetzt im Moment mehr als nie, das was ich bin. Ich bin sehr oft mit meiner Band unterwegs, wir spielen fast jeden Abend und ich muss sagen Lampenfieber, Lampenfieber gibt es nicht mehr und es gibt nur diese große Spannung, die ich da sammle bis zum Moment, wo ich auf der Bühne bin und spiele, dann ist alles, dann gehe ich rein in den Songs und ist Erlebnispur. Ich komponiere sehr, sehr gerne und suche mir immer ein paar besondere Orte, wo ich das schaffen kann. Und da ist Barcelona sehr, sehr besonders, es ist eine wunderbare, inspirierende Stadt. In Boston hat es auch sehr, sehr gut funktioniert, aber besonders in Kolumbien, wo ich herkomme, in meiner Heimatstadt Barranquilla. Und da ist das Klavier, dieses alte Klavier, damit habe ich auch das Spielen gelernt und das inspiriert mich so sehr. Am Klavier funktioniert es immer. Ich reise sehr viel. Ich muss die ganze Zeit unterwegs sein. Ich will auch unterwegs sein. Ich liebe es, überall zu sein auf der Welt. Ich muss wirklich sagen, es ist schwer, sich dann schnell zu Hause zu finden in einem neuen Ort. Aber ich schaffe das immer, wenn ich die richtigen Leute treffe und dann diese gewisse Wärme dann bekomme, von denen da fühle ich mich dann zu Hause. Diese Tage ohne Musik in meinem Leben sind, ich denke, am wichtigsten bei mir. Die nutze ich dann aus und sammle so viele Informationen von Menschen, von Ereignissen, von Orten und die kommen auch bei den Stücken raus. Hallo Ich will mich anCryof zu überлег OK Ich will mich an das Gefühl Hang piece De juntos caminar tus manos y las mías, perdidas en aquel lugar, respiro la distancia, respiro bajo el mar. Gracias por ver el video.